Viele denken, dass das Engagement für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt mit der Ehe für alle beendet ist. Dabei bietet das Grundgesetz noch immer keinen klaren Schutz der sexuellen Identität. Gewalttätige Übergriffe gegen Lesben, Schwule, bi-, trans- und intersexuelle Menschen nehmen zu. Regenbogenfamilien werden diskriminiert. Homo- und bisexuelle Männer müssen ein Jahr lang auf Sex mit Männern verzichten, bevor sie Blut spenden dürfen. Transgeschlechtliche Menschen werden durch psychologische Gutachten und Gerichtsverfahren durch den Staat gegängelt. Wegen ihrer Homosexualität verurteilte Bundeswehrsoldaten warten immer noch auf ihre Rehabilitierung. Und intergeschlechtliche Kinder werden ohne medizinische Gründe operiert, um sie dann in die männliche oder die weibliche Schublade stecken zu können. Wir setzen uns ein für Vielfalt und Akzeptanz, für gesellschaftliche Aufklärung, für Diversity in Unternehmen und im öffentlichen Dienst. Ihre sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung, für den Schutz der sexuellen Identität im Wortlaut des Grundgesetzes und für ein modernes Familienrecht für Regenbogenfamilien. Und deshalb zeigen wir Flagge und setzen uns für eure Freiheitsrechte ein, in Deutschland, Europa und weltweit. Lasst die Leute leben, einfach so wie sie sind. Happy Pride!